Musik 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 Jetzt da wieder zurück. Hallo, lass mich da rein. So, Hyrule, du wärst dabei? Musik Die wäre ja cool. Aber auch nur, wenn du wirklich Zeit und Lust hast. Nein! Okay. Supi. Dann auf jeden Fall schon mein Danke im Voraus. Oh, das ging schnell. Oh Gott. So, wie schlimm wird das jetzt? Schlimm? Megaschlimm? Superschlimm? Oh, Hydraschlimm? Ganz cool. Oh, ich hab Schiss ey. Ich hab echt mega Schiss. Oh, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Aber ich hab ja Drachi an meiner Seite. Und ja, ich nenn' ihn Drachi. Ich find' den so süß. Ey. Wie ich mich aus der Kamera raus, ja? Wobei, warte, so ist es besser. Genau. Guck in die Kamera. Guck. In die Kamera. Ja, ich hab sie nicht mal, ich weiß es. Ich bin mir dessen, äh, voll und ganz im Klaren. Ich bin mir so klein heute. Ach, ja. Warten ist schön. Sag mal, äh, muss ich bis 17 Uhr warten, bis sich die Deliquists zurücksetzen. Wird eh gleich von der Arbeit kommen, bin ich dann leider eh erstmal weg. Wird heute noch aufstehen wollen. Stimmt. Stimmt. Da war, da war ja was. Dann hoff ich mal, dass das jetzt... alles bald hier klappt. Das Warten ist halt immer wirklich so das Schlimmste, ne? Aber stimmt, die Dailies muss ich heute ja auch noch machen. Ich sollte die zumindest langsam mal machen. Immer mal. Wieder. Morgen hab ich auch keine Zeit, glaub ich. Morgen sind wir ja noch mit den restlichen Sachen von meinem Umzug beschäftigt. Hier hängt da ja schon einige Zeit dran. Sind nur noch ein paar Sachen, aber... Der Balkon bei mir in meiner alten Wohnung muss auch noch leergeräumt werden. Steht, glaub ich, noch eine Liege und ein Tisch drauf. Glaub ich. Ein paar Säcke. Mit Erde und anderen Krebskrebs. Es wird lustig morgen. Morgen werde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit mit Wärmflasche und... da bleibt nur rumlaufen. Das wird toll! Das wird toll! Nicht... Mach doch mal! Mach das Ding voll! Da passt echt schon wieder an irgendwelchen Heilern. Uh, jetzt sitzt mein Drache auf der Schulter. Wie cool! Drache ist toll! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Wovor kommen die Leute mit der weißen Jacke an? Und führen mich dann ab? Geht's erstmal... direkt den Weg in die Klapse. Ach ja... Stundens, bitte. Ich will mich halt noch nicht bewegen, wenn ich so ein Vertrauen weggehe. Wie empfindest du Hauptszenario, Stufestärkung und die Allianz Rates mit einem... Oh, mein Gott. Okay. Ah, aber ich lauf mit dir. Alles gut, alles gut. Ich bin ja erstmal froh, wenn ich meinen Forstkämpfer noch hochkriege. Ich bin ja immer noch am Hadern mit mir wegen den Tanks. Ich bin so ein schlechter Tank. Ich glaube, als Hyla wäre ich echt zu langsam. Aber Hyla würde ich mir nur eher zutronen als Tank. Dann kann ich dann mit Kaya weiter ausprobieren. Privat spielen wir ja... Ja, Hyla-Euch-Tick. Kann ich dann ja mal gucken, ob ich es vielleicht hier hinkriege. Ich habe immer Angst, dass Wasser aus dieser... Wärmfläschung auslöpft. Tut das aber nicht. Das hat man halt echt an den Hyla-In. Oh hell. Wenn man sonst nichts zu tun hat, ne? Und Luna kommt auch erst später, glaube ich. Stimmt, das Bild. Hattest du mir das auf Discord geschickt, das Bild? Oder als PN? Ich gehe noch einmal kurz zurück. Äh, warte mal. Wo habe ich dich denn? Wo habe ich dich? Ich habe noch gar kein Bild bekommen. Nur, das letzte war von deinem Lego, glaube ich. Ja. Oder hattest du das irgendwo auf dem Server drauf? Okay, warte. Jetzt aber wieder rein. Oh. Das schickst du als wirklich ist das, ne? Da. Alles gut. Kannst du es ja nochmal versuchen, dann. Kann ich gleich mal. Ah, super. Ey, es scheitert echt immer an den Heilern. Also ich glaube, Heilern werde ich echt irgendwann mich mal durchregen. Dann habe ich die Probleme nämlich auch nicht mehr. Wenn ich mal einen Heilern, wenn ich einen Heilern level. Boah, krass. Ich muss mal kurz rein. Ich muss mal kurz rein. Ich muss mal kurz rein. Ich muss eigentlich eingeschossen. Und nach hinten das Schmeißer. Ach der Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes meine Kraft tut. Aua. Oh, ja, ja, ja. Deshalb kommt Bitte überre cher. Gut, dann. Ich sch Хотя schon mal kurz. Ich habe die Mitdon. Gut, 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 gut. Gut, gut, gut. 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 Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Gut, gut. hart. Sehr, 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 sehr. Ich freu mich schon drauf. Die Abstimmung geht dann auch noch bis morgen. Morgen Abend nehm ich dann die Abstimmung raus, weil ich dann ja planen muss. Und je nachdem, die Spiele installieren muss. Das schweigen. Bis morgen Nachmittag. Dürft ihr gern noch abstimmen. Danach sind sie. Ich muss grad mal überleben. Ich glaub, Jack und Dexter kommt ja definitiv. Ich weiß gar nicht, hab ich das so auf der Konsole drauf? Ich hoffe. Sonst muss ich auf der PS4 auch erstmal alles installieren, was ich brauche. Auf PS4 kann ich morgen über den Tag verteilt machen. Gut, dann hoppelt das sowieso drauf. Ah, wie schön, die Wur aufzusehen. Das war ein Kampf auf Leben und Tod. Ja, ich bin sogar gestorben. In der Stehlein in Wacht konnten die Sachen ebenfalls zurückgeschlagen werden. Wenn auch nur mit Mühe und Not. Ach. Ich find den so cool. Äh, ich muss ja erstmal gehen. Hoffen wir, dass sie vielleicht heute noch auf meinem Stream. Nicht, wenn sie was schweben. Viel Spaß im Restaurant bis morgen. Vielen, vielen lieben Dank. Also, ich gucke mal, wie es mir geht. Also, gerade geht's wieder. Dann wären vielleicht schon zwei Tabletten. Also, gerade sieht's aus, als wenn ich bis heute halb durchhalte. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ansonsten, vielen lieben Dank, dass du da warst und reingekommen bist. Und, ja, wenn wir uns heute nicht mehr sehen, dann auf jeden Fall Freitag. Und ich freu mich drauf, wenn du dabei bist. Das wird mega cool am Freitag. Hoffentlich. Denke ich. Äh, nicht mehr schreiben. Äh. Okay, warte mal. Dann machen wir das so ganz einfach. Ähm. Mal sag ich, dann machen wir das ganz einfach. Ihr habt ja einfach eine Freundschaftsauffrage jetzt geschickt. Ich hoffe, das war okay. Ich weiß, ich habe aber eigentlich nichts anderes eingestellt. Eigentlich. Wahrscheinlich habe ich unbewusst doch irgendwas anderes eingestellt. Aber so, jetzt. Jetzt habe ich ein Bild von dir. Jetzt mal hier einmal kurz. Ähm. So, warte mal. Warte. Alter. Oh. Bei Zelda werde ich schon wieder neidisch. Oh. Und die, 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 bei den DS-Spielen habe ich tatsächlich auch ein bisschen was. Was ich unbedingt noch brauche, ist, irgendwann mal ein Pokémon-Teil. Äh. Bis später, Hybrid. Und, und, und viel, und hier viel Spaß heute noch. Oh. Crystal Chronicles hätte ich auch gern. Harvest Moon wollte ich auch immer mal haben. Ach Gott, Knight. Metroid. Ah. Metroid Prime habe ich auch. Resi 4 auch. Hm. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Nee, sehr cool. Sehr, sehr cool. Äh, jetzt... Nein. Ich mach das weg hier. So, äh... Hier komm ich wieder in das Spiel rein, so. Äh, Ja, gern geschehen. Man tut, was man kann, ne? Man tut, was man kann. Ich würde euch zu einem Fest mal begrüßen. Doch zunächst muss ich dafür sorgen, dass die verbliebenen Drachen erledigt und unsere Verwundeten versorgt werden. Alles andere muss warten. Doch ich werde mich bei Zeiten erkennlich zeigen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Bye, bye. Das ist in einem Game-System-Zettel mit der Summe, die ich ausgegeben habe. So ausrechnen, wie viel Geld ich in den ganzen Games geverschämt habe. Ich weiß schon, warum ich das nicht getan habe. Anfangs habe ich das auch noch gemacht. Das sind wir bei den ganzen PS1-Spielen. Ich hatte auch eine richtig schöne Liste als Kind. Ich war, eigentlich bin ich heute noch ein Listen-Freak. Ich habe eigentlich von allen möglichen Scheißen eine Liste gemacht. Als ich jetzt meinen Umzug hier halt zu Fotos gemacht habe, wo wir jetzt endgültig zusammengezogen sind, ich habe eine komplette, wirklich ungelungen, eine komplette Kiste gefunden mit Listen. Unendliche Notizbücher, mit Listen drin von jedem kleinen Scheiß. Wie viel Langweile und Zeit musste ich damals gehabt haben. Der macht dir so viel Mühe. Das waren so die unterschiedlichsten Sachen, wie welche Spiele ich noch haben möchte. Sachen, die ich als Kind dann aufgeschrieben habe, die ich mit in Urlaub nehmen wollte. Ich habe von allem eine Liste gemacht. Und das meiste hatte noch nicht mehr Sinn. Ja, ich war eine Liste free. Ich habe es Gott sei Dank abgelegt. Das liegt aber auch mit daran, dass ich gar nicht so viel Zeit mehr habe, um das alles zu machen. Auch von mir, meine aufrichtige Hochachtung, das war wirklich eine Glanzleistung. Durch einen mächtigen Drachen-Schar hat Eosea lange nicht gesehen. Doch an dir haben sich die Bestien die Zähne ausgebissen. Damit durfte es Ischgard eine Weile Ruhe beschert sein. Und was ebenso wichtig ist, bei dieser Schlachtkämpfe Ischgards Ritter Seite an Seite mit Kristallstreitern und Abenteuern. Das habe ich für eine gute Grundlage für gegenseitiges Vertrauen und Freundschaft. Bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis Ischgard seine Abgeschiedenheit aufgibt und in den Kreis der Eoseischen Allianz zurückkehrt. Aschians und Drachen haben uns schmerzvolle Opfer für Abverlangen. Doch wir befinden uns auf einem guten Weg und über Schritt für Schritt gehen wir voran. Mit dir an unserer Spitze. Der Sieg, den du hier und heute errungen hast, wirft ein strahlendes Licht auf die Zukunft Eoseas. Wir leben in einer düsteren Zeit voller Gefahren. Doch du gibst uns Hoffnung an hoch auf die Kriegerin des Lichts. Ja, danke. Gerne würde ich den Trumpf noch ein wenig länger auskosten. Doch ich fürchte, leidige Aufgaben erfordern meine Aufmerksamkeit. Zunächst werde ich mit Hauptmann über nach Urdar zurückkehren und dort unsere Streitkräfte sammeln. Du hingegen hast dir eine kleine Verschnaufspause verdient. Ruhe dich im Sand und stell ordentlich aus. Lass dich bei Minfilia blicken. Äh, und lass dich bei Minfilia blicken. Wie ich sie kenne, macht sie sich sicherlich große Sorgen um dich. Gute Reise. Ja! Minfilia! Yippie! So, warte, wie viele Quests waren das jetzt? Acht waren es, glaube ich, nur noch. Mal ganz kurz hochscrollen. Oder waren es sieben? Ähm. Weiß es gar nicht genau. Ich glaube, die siebte wäre es jetzt. Hoffe ich. Denk ich einfach mal. Also, wir können uns da ja hinten und gehen, ob es wirklich laufen. Das würde ich der erste auf den Fliege. Ich bin noch nicht so irre und fliege dahin. Warte mal, ich mache hier einmal nicht. Da sieht man die ADDs besser. Gut, heute nicht so viel, weil ich niedriger sitze, aber man sieht sie trotzdem ein bisschen. hundred. Also, wenn du schon